Es ist morgen. Okay. Bunyi, Bunyi, Bunyi. Bunyi, Bunyi. Ist das drauf? Halléallöchen, schon dass ihr auf meinem Kanal Hey Horse gekommen seid. Und heute gibt es mal einen Springer von Amit Schraddi, aber nicht im Wald, der etwas unausgelastet ist. Und daher gibt es heute mal wieder mal etwas in der Reithalle. Und da, ja, werde ich dann springen. Und ich kann jetzt nämlich wieder reiten. Und ich wollte auch schon mal ein Set-Video machen. Aber ich habe mich jetzt dazu entschlossen, in jedem Video ein Set vorzustellen. Und ich beginne heute mit meinem Tourkisen-Set. Und da habe ich auch mir eine neue Gerte schon zugekauft. Und ich würde sagen, wir beginnen jetzt mal und holen Schraddi. So, und um Schraddi zu holen, brauchen wir natürlich erstmal einen Halfter. Und da habe ich mehrere, die zu dem Set passen. Einmal das Escalon Ice Blue. Das nehme ich aber heute nicht. Denn ich habe noch zwei weitere, die dazu benutzen kann. Und zwar noch das Four Horse Halfter oder dieses von Leni. Und das nehme ich heute mal. Weil das kennt ihr ja noch gar nicht, weil es natürlich auch Leni gehört. Aber wie gesagt, wir teilen uns halt ganz viele Sachen. So, und das erste Set haben wir jetzt auch drauf. Das sieht so aus mit der Schabracke mit dem Türkisen. Und dann die türkise Gerte und die Bandagen. Ja, und die Abschlussdecke. Halt eigentlich auch noch passen. So, die haben wir dann bei der Vater immer drauf. Und jetzt geht es dann so richtig los mit dem FMA. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.